Coco boxe bo95910 Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zurück bei meinem Video vom Landwirtschaftsministerium Ich war in der letzten Folge dabei, dass Ich habe die... Ein bisschen Holz zu hacken, sozusagen. Also habe die... Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe die metrigen Bäume geholt. Und schon mal ins Holzlager gebracht. Und dann... Erst werde ich mal jetzt... Machen wir gleich diese Folge. Weil ich will den... Die Kai-Säge kaufen. Nicht unten kaufen. Hier den Häcksler kaufen. So, was brauchen wir noch? Ähm... Was uns Forstgeräte angeht... Wie jetzt... Äh, ich lasse das noch. Ich brauche nur so was. Ähm... Ein bisschen Feuerholz halt, sozusagen. Kleiner Nebenerwerb von... Ja... Aber... Momentan bin ich hier nur so weit, dass ich die... Transportiere die Bäume mal her. Wenn ich den Seismod noch drauf hätte, würde ich ja... Würde ich ja sagen... Kein Problem, aber... Mit Ding... Mit... Mit... Irgendwie hinter Schläger und so. Aber leider habe ich den Seismod nicht mehr drauf. Aber was... Was würdest du machen? Kannst du nichts machen, ne? Ja... So... Jetzt ist... Ein bisschen Scheisse gelaufen hier, aber... Aber... Einbremsen kann man ja mal schon. Dann machen wir hier mal... Die... ...die... ...die... ...hinteren lassen wir dazu oder? Sonst schlichten wir das schön... ...auf. Ich liebe Handarbeit So, dann nehmen wir den hier noch Hab ich den nicht durchgeschnitten? Ah ja, das ist der, den hab ich gar nicht durchgeschnitten Ja, dann stellen wir den durchgeschnitten So, einmal hier Einmal hier Hier Voila Ich vergieß das nicht mal So, gut Und den hier rauf Und den Klonern Hallo? So, dann den nächsten hier So, dann So, dann Den machen wir eher später mal noch auf, den schnee ich nochmal hier ab Dann nehmen wir noch die zwei hier Das ist so Was machst du hier heute? Achso, den lassen wir jetzt mal wieder verschwinden Das ist jetzt fertig, dann können wir uns noch vorhin den Helfer wieder einstellen So Kollege, komm her Du darfst wieder weiter fahren, jetzt noch zwei Folgen So 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 warte den müssen wir mal drehen Mit das große Ende Wir machen nicht noch die Tür auf Auf der Seite lassen wir sie drauf Aber ich nehme mal die Tür auf So L Da So L alle mal angetten Fahr mal los Aber die Frage ist bei denen Sollen die nicht lieber hier auf der Seite Anlagern Das ist halt die Frage Weil ich glaube das Was jetzt Ich glaube das ist gescheiter Wenn wir die hier auf der Seite machen Abkippseite Und Links bitte Danke 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 So perfekt Wir haben jetzt unser ganzes Holz Dann So jetzt haben wir unser ganzes Holz schon eingelagert Jetzt können wir das weg fahren Jetzt werde ich dann noch Jetzt werde ich dann noch Jetzt werde ich dann mal in einer Einnahmefolge machen Holz schneiden Auf jeden Fall Auf jeden Fall Wenn wir den jetzt mal hier abkoppeln Schaut es bei dir aus Bist du dann bald fertig Okay man ist fertig hier Lass ich dich mal Ich werde dann Ich werde dann den jetzt da unten einstellen Ich werde dann die Kreissäge und den Äh den link holen Wer ist da Achso die Nacktschnitzlack Und Was ist das für gruselig Und werde dann Schön gediegen Holz schneiden Bzw. Kann sein dass ich sie eben werde Aber ich werde das auf jeden Fall auch die Folge machen Plötzlich schon die Abkürzung fahren Aber Die ist Ein bisschen Lebensgefährlich Sag mal so Deswegen mache ich das jetzt nicht Eigentlich nur wenn ich Stress habe Und Stress haben halt gerade nicht Denk ich mal So Schaut gut aus Also So Oh, jetzt habe ich zu Entschuldigung Bist du blöd Oh, hier gleich ein paar Wow, wow, wow Ding rumgefahren Da stehen es ja die zwei Was ist denn los? Ich muss die ganze Zeit nie stehen Schieben wir erstmal das Pickpick Hier ein bisschen zur Seite Komm so So, die Zapfelde mal ran gemacht Das ist so kiepische Das ist so kiepische Das ist so kiepische Das ist so kiepische Okay, dann fahren wir mal Schaut Oh, 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 oh Okay, nichts mitnehmen Dankeschön Moitschmin Kaputt gemacht Ok Freunde Wir kommen jetzt auch wieder zum Ende der Folge Ich würde mich wieder mal sehr recht herzlich danken dass ihr vielleicht auch nicht eingeschaltet habt Wenn nicht, dann bin ich Auf jeden Fall Ich hoffe euch hat das Video gefallen Ich tue noch ein paar Tage auf Falls das auch wieder ein paar Tage machen Ich spars euch wieder ein paar Tage Ich habe noch Pause Und dann danke für's Vertrag Danke für's Zuschauen Bis zum nächsten Mal